hallo und damit herzlich willkommen zu einem zu einer neuen spiele vorstellung hier auf unserem kanal sofort und gleich youtube ja heute nehmen wir uns mal super spiel heroes vor kennst nicht keine ahnung ihr schaut einfach mal hier kommt einfach mal rein und herrgleich gibt dann kommentare dazu ab euer schicksal ist besiegelt ihr lächerlichen kleinen zauberer habt nicht die geringste chance du lächerlicher kleiner herr sofort so also ich habe keine ahnung wie das funktioniert aber das krieg kriegen wir ja schon wieder alles gezeigt ich muss das wohl herunter ziehen und dann nach oben weiß ich nicht noch vor der aufnahme zu mir sagt es ist ja so etwas sieht so ähnlich aus es doch nicht so gibt es eine magma bombe ich habe keine ahnung was ich gerade tue aber bin ich tot das war ein epischer zauber jetzt gebe ich dir den rest das noch da oben ziehen was passiert dann kriege ich wieder heilung hilft mir aber auch nicht wirklich viel so 312 damit habe ich den besiegen können also mit so einer zum fortfahren tipp mit so einer reihe da unten an feuer zaubern scheinbar keine ahnung keine ahnung in dunklen dämon habe ich bezwungen ja ich bin auch nur meinem instinkt gefolgt so also die grundlagen schließe das training ab also jetzt gucken wir mal was müssen wir da machen dein ziel ist es die energie deines gegners durch mächtige zauber zu erschöpfen ja gut das ist ja nicht so schwer rot kann ich erkennen also dann haben wir hier ein feuerball und jetzt kann ich das gleich wieder machen dass eine grüne gehört da nicht mit rein das habe ich schon erkannt juhu so der erste zauber den du aus willst leg fest welchen zauber du aussprichst okay ich weiß zwar nicht was das da um für ein zauber ist aber das ist eine magma bombe magma bombe die knallt da richtig rein was ist das kein zauber ausgewählt ist der zauber müsste ich darüber okay die feuerkomet jetzt ist er schon tot das war jetzt okay du bist großartig das weiß ich hallo was was denn großartig ich weiß was labern die da eigentlich von großartig so ich bin ein naturtalent ist das sagte auch verwende zum angriff den roten feuerzauber verwende den grünen naturzauber um dich zu heilen und zu schützen so also das habe ich auch verstanden angriff und verteidigung so also jede zauber hat hat ihre eigene farbe und ihr eigenes symbol so rote angriffe dienen dem zauber grüne der verteidigung okay ja jetzt kann ich nur noch verteidigen so jetzt knallt er mir ein feuerball dahin aber den habe ich ja geblockt jetzt greife ich aber wieder an gegenzug dazu mit einem feuerball von mir so und jetzt greife ich noch mal an mit kein zauber ausgewählt so das sind vier stück das habe ich jetzt gemacht war doch dem habe ich richtig eine geballert so jetzt hat er ein schild wohl eingesetzt das werde ich jetzt bei mir auch tun halt 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 was passiert hier eigentlich muss viel schneller werden oder was ich muss viel schneller werden glaube ich habe ich das gefühl ich bin zu langsam kann das sein diesen moment wenn man sieht in seinen kommentaren auch unter einem ganz alten video wo ich noch gar nicht geschnitten habe dass er schreibt da ja dass ich sehr gut geschnitten habe obwohl ich ganz geschnitten habe so also dann schauen wir doch mal was haben wir denn hier hervorragend du lernst schnell noch eine wichtige sache während eines matches schaltest du verschiedene zauber klassen frei du beginnst mit einfachen zaubern und folgen fortgeschritten epische und schließlich legendäre zauber setzte sie weise ein und spricht die stärksten zauber aus die dir zur verfügung stehen zu zauber freischalten schließt das ringer was ist denn ich bin gerade ein bisschen so sprich zauber aus um die nächste zauberklasse freizuelt so also dass das dann das ist eigentlich los mit dir die sagen in dem spiel du bist du bist du bist du sagst du ja ich weiß ja und wenn ich wenn ich auf manche kommentare wenn ich man konnte auch sie denke ich mir ich habe glaube ich gerade ein problem dass ich oh mein gott ich weiß jetzt aber warum mache ich eigentlich leben mit hinzu gott ich bin gerade ein klein wenig überfordert habe ich das gefühl so eigentlich weil ich das noch gar nicht so richtig kapiere was ich hier tue aber das müsste ein richtiger weg guck mal was denn das ist diese magma bombe die knallt dem jetzt ganz einfach genau auf alles auf dem auf dem bildschirm drückt dann schaffst du das mit sicherheit nicht so jetzt werde ich mein erstes pvp glaube ich haben wenn ich das richtig verstanden nachdem man die erste stu diese diese einführungsstufe geschafft hat hat man da geht es in den pvp modus glaube ich ich habe die besten voraussetzungen dafür weil ich habe schon alles verstanden nämlich noch nicht so wirklich viel hier beginnt seine reise kämpfe andere zauberer okay müsste ich mal also das kann jetzt ein klein wenig peinlich werden das ganze ich gehe jetzt mal auf kampf ein würdiger zauberer wird gesucht so also gegen bubkaron beide keine gilde dann fangen wir doch einfach mal an bubkaron was muss ich machen das startet nicht starten so wo geht es los jetzt geht es los alles klar dann würde ich mal sagen so ein schild und das ding darüber ja da habe ich jetzt nicht viel zur auswahl so 40 ja jetzt machen wir mal ein schild hierhin mein schild hält ein bisschen länger glaube ich an aber bei dem ist es jetzt gleich so und schnell geblockt so noch ein schild und das ding gleich hinterher so dass da noch nein er macht ein schild nein nein ich habe fehler gemacht glaube ich habe fehler gemacht oder es war ein fehler oder es hat genau dann hingehauen ich weiß sogar ich brauche was neues so nein das ist nichts gutes da so jetzt und schild drüber und das dann große schild hat einen großen schild so und dann habe ich ihm noch mal eine verballert irgendwie glaube ich ja noch mal ein schild scheiße ja gut kommen weiter 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 go 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 ich habe keine ahnung was ich hier tue aber es ist glaube ich ziemlich effektiv so und die beiden auch noch bei dem habe ich eine verbraten er ist ja gleich fertig gleich ist er fertig was soll er noch machen es kommt muss und magma ding dabei und klack hat sich wirklich viel geholfen bei mir aber ich mache noch mal ein schild und ha 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 hast du dir so gedacht ne geblockt mein freund so und jetzt kommt aber jetzt kommt das von mir und dann bist du nämlich fertig mein freund so jetzt kommt schild ist weg und bei mein erstes pvp habe ich ziemlich souverän gewonnen würde ich sagen so gut ich weiß dass es gemein denn jetzt noch da den hinterher zu knallen aber das ist mir auch relativ jacke wie hose will ich mal sagen zum fortfahren tippen ich krieg eine kiste was ist denn da drin zum fortfahren tippen 15 gold was kann man mit dem gold machen schauen wir doch einfach mal ja 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 hey ich habe mein erstes pvp gewonnen ich habe zwar keine ahnung so da oben gibt es alles klar stufe eins haben wir geschafft karte der verschlungene pfad was für ein ruhmreicher kampf dein sieg hat neue quests freigeschalt sende deinen helden auf eine quest um seine zauber zu trainieren ja dann würde ich doch mal sagen dann machen wir das doch mal hier stufe eins zendron quest beginnen jetzt abschließend okay zendron hat hat seine zauber trainiert okay alles klar bedeutet das habe ich jetzt was habe ich einen großen schild fährt okay den hat er doch schon gehabt der hatte schon großen schild gehabt oder vorher war alles klar warte mal alles klar so dann jeder spiele vorstellung haben wir immer ein ziel das wir erreichen wollen im spiel was ist dein ziel wenn wir gleich sehen du hast ein feuerball zauber lange genug trainiert um ihn verbessern zu können äh oh was was da das da das habe ich glaube ich das wird ja auch als einziges hervorgehoben da ist er ja da ist er verbessern alles klar kostet 120 ich habe ja so viel habe ich okay feuerball juhu so ich will drei pvps machen auf jeden fall ich fühle mich jetzt schon viel stärker verbessere deine zauber um sie mächtiger zu machen absolviere absolviere mehr quests auf der karte um deine zauber weiterzuentwickeln so fertig und jetzt gehen wir wieder auf die karte zurück und jetzt will ich den nächsten kampf machen mein zweiter pvp ein würdiger zauberer wird gesucht na dann sucht man eldak auch keine gilde ich müsste noch meinen namen ändern sonst macht das ganze jahr nicht so viel spaß ich weiß gar nicht wie ich hier heiße aktuell juhu toll ich heiße juhu hervorragend so dann fangen wir mal an mach dich bereit block ich den einfach mal zack geblockt das war glaube ich clever so feuerbogen den habe ich ihm um die ohren geknallt ja komm sammeln mal sammeln mal sammeln mal sammeln mal komm 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 ne mache ich nicht ich mache erstmal das da und dann mache ich den und dann block ich schnell ah ah so der macht jetzt das dann muss ich habe ich geblockt sehr geil ah immer noch geblockt kollege so mein feuerball kommt jetzt auf dich herabgeprasselt so jetzt machen wir den da ja den kriege ich jetzt ab okay das habe ich akzeptiert habe ich akzeptiert habe ich akzeptiert ist ja in ordnung ist ja in ordnung chill mal dein leben kollege so jetzt machen wir hier noch ein schild hin oh ich habe es falsch herum gemacht jetzt andersherum machen müssen aber na gut ähm ich heile mich jetzt erstmal so und dann machen wir hier den da mit drauf und jetzt machen wir noch ein schild der will jetzt aber ich habe ein bisschen geblockt hat mir jetzt nicht viel geholfen aber ein bisschen geblockt habe ich scheiße ich kriege ihn trotzdem ich kriege den trotzdem komm Leute den kriege ich den kriege ich da bin ich mir ziemlich sicher ich muss das von unten nach oben machen so und jetzt kommt noch komm ich habe auch eine magna bombe gucken welche mehr schaden verursacht jetzt muss ich irgendwie muss ich mir jetzt was nein das war total dämlich jetzt von mir aber trotzdem habe ich ihm nochmal schaden gemacht ich weiß grad gar nicht wie ich das jetzt hier okay jetzt hole ich mir erstmal nein 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 doch schon wir leben so leben und dann ziehen wir den darüber und dann knall ich dem das ding um die holen so ich habe geblockt kollege so jetzt noch ein schild und ja auch das zweite match habe ich gewonnen oh mein gott das schöne ist es sind schöne kurze matches es geht relativ schnell ratzfatz eigentlich also man muss da jetzt nicht eine viertelstunde und 20 Minuten da rum haben sondern einfach mal so kurz für zwischendurch mal so ein match da rein geknallt ist eine nice sache das würde mich schon interessieren da oben ach da ist wieder 10 da kann ich wieder eine quest was ist welche quest die da oder was nein quest beginnen doch quest beginnen jetzt abschließen okay so und jetzt haben wir der hat seine zauber wieder trainiert und jetzt nehme ich mir den nächsten gegner vor aber ich müsste erstmal schauen wie ich den namen ändern kann ich will erstmal wissen wie man den namen ändern kann wo können wir den namen ändern leute so also bei kirchschweuer ging es immer als man das erste Löffel oder so geschafft hat so warte mal oh was ist das da unten ist noch was mit dem ah hier stufe zauber okay aber ich will jetzt wissen ich will ja nicht zendron heißen so helden so was gibt es denn hier für sachen mystischer wald was gibt es hier noch geist gratis gegenstände ah da muss man sich dann irgendwas anschauen ein zauberbuch okay also für werbung anschauen kriegt man dann auch schon was geschenkt alles klar ich weiß jetzt leider im moment noch nicht wie ich meinen namen ändern kann wahrscheinlich muss ich da drauf klicken und kann ich da irgendwo geht da irgendwas kann ich irgendwo den namen ändern aktuell scheinbar noch nicht also ich mache jetzt erstmal den nächsten kampf und dann machen wir hier erstmal einen cut aber es sieht auf jeden fall horben gegen you also den mache ich jetzt noch fertig hoffe ich horben also das sind live gegner ne also das ist live pvp das ist jetzt nicht irgendwas anderes keine ki oder so wenn gruppiere dann gucken wir mal wenn er das ding fertig hat dann knall ich ihm den nächsten um die ohren der ist ein bisschen so jetzt mach ich mal ein schild ha 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 der schild hat ihr nicht oh jetzt habe ich natürlich einen fehler gemacht aber egal so das tut jetzt natürlich weh aber der hier wird dir sehr wehtun mein freund der tut dir sehr weh das schwöre ich dir was habe ich dem schon schaden jetzt gemacht das war natürlich jetzt von meiner seite nicht besonders intelligent hat er halt sich schon so dann kriegst du den dann noch mit ab und jetzt machen wir mal eine schöne heilung und den oh mein gott jetzt werde ich dir richtig wehtun jetzt werde ich dir richtig wehtun jetzt heile ich mich erst mal und knall ihm den dann noch um die ohren so ja mein freund du merkst du hast ein klein wenig probleme glaube ich gegen mich kann das sein den hat er geblockt ok hier und denn da noch gleich hinterher und den auch noch hinterher und dann schauen wir mal wenn das ding jetzt abgeschlossen ist so einmal den da und dann einmal den und dann einmal den magna bombe feuerball und das war's alter das ging jetzt schnell das ging wirklich schnell hat er mir überhaupt schaden gemacht doch da unten ist ein bisschen was passiert ok ja da würde ich sagen dann hier kann ich noch erfolge einsammeln 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 sehr nice ja irgendwo muss es doch eine möglichkeit geben hat da oben so noch settings profil erfolge wiederholung ich will nicht wo kein heißen hier kann auch schon was einstellen ja wo stand das was willst du machen eben jetzt irgendeine rotze da ein gewissen jetzt irgendeine rotze ein gibt es nur dann was hat etwas gibt da ein was gibt da ein nein machen noch mal so auf jetzt kommen wie lange wird denn das hat noch hinaus zögeln was was war das was machst du denn da ich weiß nicht immer ob es dann noch mal ändern kann ja super toll du bist ja ein prima und du schreibst immer noch sofort und gleich falsch warum sofort groß genau weiß nicht sofort 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 der zeichen und letztendlich großes gleich dankeschön ist ja gut so ja dankeschön ach du hast mache ich so jetzt mal komm jetzt sehen wir zu dass wir da diese komische maske dabei ist denn täglich beschwörung für erfolgreiche menschen werden jeden tag belohnungen gewinne fünf mal um ihn zu beschwören kommen den beschwören wir den beschwören wir auch ein würdiger zauberer wird gesucht jetzt mit sofort und gleich nein du endest du hast so serie hier von was denn überhaupt aufrufen was so ein anderer wert ja ich weiß es war bei wiedergabezeit ich warte was er macht warte was er macht er beschwört was und ich alle das hat jetzt ein bisschen zu alter jetzt aber der schild ist jetzt von ihm weg und jetzt kriegt er von mir noch ein feuerball gleich hinterher und ich mache jetzt noch mein schild bitte reiche halte aus halte aus halte aus ich muss mich jetzt erst mal heilen sonst macht das ganze keinen sinn er hat jetzt kein schild mehr dafür geht jetzt den feuerball von mir ab er macht jetzt ein feuerball und ich mache jetzt sowas da knallt ihm den um die ohren ich muss mich heilen epische heilung dafür kriegt er jetzt den da die magma bombe an einer halte sich er halte sich ich sehe auch was er da oben hat okay das ist natürlich auch sehr sehr interessant so so und jetzt kriegt er den okay den hat er jetzt richtig um die ohren geknallt bekommen das hat jetzt zu lange gedauert bei mir aber es ist auf jeden fall schon mal etwas anderes oh mein gott ein feuerkomet oh mein gott ein feuerkomet ein feuerkomet alter er hat mich er hat mich nein mein gott ich habe mein erstes match verloren nein 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 ich will dieses ding da haben ich will dieses ding in der aufnahme haben ein würdiger zauberer wird gesucht das ding habe ich vergeigt jetzt blick ich aber ein bisschen mehr durch ich kann darauf achten auch was die gegner da oben haben und was die machen und unter umständen macht das sinn auch ein klein wenig zu warten mal schauen was der typ da jetzt hier l l dart was der hier bringt stufe 1 sind beide stufe 1 keine gilde so der kopf im feuerbogen den heil also den den block ich noch ab und den gleich jetzt habe ich einen fehler gemacht aber na gut das habe ich nicht lang genug gewartet ich habe auch sowas da mein freund und den kann ich auch noch lockern so jetzt kommen damit sowas da und den block ich auch noch mal den funken flog und dafür habe ich den so feuerball den schild habe ich ihm gleich weggeknallt jetzt macht er noch ein schild ich heile mich mal ein klein wenig um dann hier richtig eine um die ohren zu brettern weil das hat jetzt echt mega weh getan glaube ich so und jetzt kommt noch die marken magma ohne einen 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 block 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 aber gleiches ja sein schild ist weg und er kriegt genau er ärgert sich er ärgert sich was er sich ärgert ja weil er so viel abbekommen hat oder so viel abbekommen hat deswegen ärgert er sich natürlich jetzt macht er eine große heilung ja die hilft ihm aber jetzt auch gleich nicht mehr viel und das auch noch hinterher so kollege was willst du denn machen gegen mich ich habe ich gleich gleich bis zur geschichte geblockt habe ich dich so und dennoch hinterher und dann war es das jetzt haben wir noch einen großen schild der ist aber auch gleich weg feuerlanze ja na komm jetzt aber jetzt ist der große schild gleich vorbei ja und den brauche ich noch abzufallen das war schnell und das war effektiv so jetzt noch ein einziges match gewinnen und dann habe ich dieses ding da ich weiß nicht genau was es mir bringen wird aber wir schauen so auf geht's gleich im pvp mode her sofort lacht sich gerade kaputt warum machst du nix warum hast du darfst du dich an etwas gewonnene kämpfe schalten quest auf der karte frei ja 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 warum machst du du willst damit sagen dass ich nicht im pvp mode bin ich mache den nächsten kampf bei solchen spielen bin ich hier gegen player 470 86 was denn was verstehst du nicht was verstehst du nicht red dich aus der 470 was warum was los man darf das nicht im video zeigen oder sagen was ich erkläre ich ich darf es nicht im video sagen was denn so und er kriegt jetzt den da ja ja du machst ein schild dann warte ich doch einfach mal das weiß blöd von mir aber jetzt kann ich den da abfeuern ja irgendwie jetzt gerade spiele ich oh mein gott jetzt spiel ich gerade einen bösen käse zusammen jetzt kommt der mit einem feuerball aber den habe ich geblockt muss erst mal neue leben generieren und dann das hier so und den auch noch gleich hinterher ja ist ja gut weil er den hast du noch voll abbekommen aber jetzt kommt ich mit mir jetzt hat ein schild meiner schilder an schilder an schilder an schilder an schilder an schild gott noch mal das ärgerlich jetzt gerade aber gut ein offener schlag abtausch würde ich sagen ist das ein offener schlag ab da gott ich konnte nicht rechtzeitig abwehren aber den hatte alter ein offener schlag abtausch wir knallen uns hier ein ding nach mannen um die ohren das tut jetzt gerade wirklich weh ich mache noch eine heilung und heil mich noch mal jetzt damit machen komm er macht jetzt eine große heilung kommen jetzt die da noch hinterher großer schild den auch noch und das da auch noch so und jetzt muss man schon halt das tut gerade richtig weh ja ich habe ihn 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 oh mein gott 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 alter war das jetzt knapp das war ein enges match jetzt krieg ich noch mal so eine kiste da zum fortfahren tippen jetzt kann man das ding da mal rechts aufmachen schauen wir mal was dabei rauskommt so das ding haben wir gewonnen und jetzt schauen wir doch mal was macht denn einsammeln was gibt es denn da darf ich dich an was wichtiges ändern ja ich weiß die quest auf der karte ist doch in ordnung dann machen wir hier so eine zehn sekunden quest stufe ein oder das da wähle deine hellen quest beginnen ist ja in ordnung jetzt abschließen so quest abgeschlossen nochmal zwei hellen fortschritt okay schild wird besser feuerlanze alles klar aber ich will jetzt das da einsammeln weil das interessiert mich jetzt was ist das du hast dich heute gut geschlagen und lass mich dir eine belohnung gehen na was kommt dabei raus so was ist das alles habe ich jetzt nein nicht erlaubt habe ich jetzt nicht so ganz verstanden aber da unten ist irgendwas den kann ich hoch pushen ja also würde ich mal sagen ein sehr 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 interessantes spiel für mich wieder mal mega ihr gefällt mir sehr gut und wenn es euch auch gefällt lasst mal ein like da schreibt was in die kommentare aber nicht den kanal schalten sich mal wieder an wenn es wieder heißt nee 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 nicht irgendein neues spiel bei uns hier oh guck mal da käme man da auch äh bei uns hier auf unserem kanal sofort und gleich youtube macht's gut bis dann und tschüss bis dann 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 bis Vielen Dank.